Ich komme hierher, weil es mir unheimlich viel Spaß macht. Ich stricke schon ganz lange, aber es ist einfach nur schön. Es wird ein Pullover. Dies ist der Rücken. Wir fangen immer mit dem Rückenteil an. Und der soll dann etwas für den Sommer werden, weil das ein dünnes Strumpfgarn ist. Groß und wird hinterher dann nochmal umhäkelt. Also zum Stricken gekommen bin ich über eine Freundin. Die hat mir letztes Jahr ein paar Socken geschenkt zum Geburtstag. Und seitdem bin ich infiziert. Und man trifft nette Leute und man erfährt noch so das eine oder andere. Das ist der Grund, warum ich hierher komme.